Die Trinitatis-Kirche ist ein als Ruine erhaltenes Kirchengebäude im Dresdner Stadtteil Johannstadt am Trinitatisplatz zwischen Blasewitzer Straße und Fiedler Straße. Geschichte In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs das Gebiet östlich der Pirnaischen Vorstadt, der späteren Johannstadt aufgrund von Bautätigkeit. Die Einwohner gehörten zur 1878 gegründeten Gemeinde der Johanniskirche. Da bereits im Jahr 1884 die Gemeinde auf 40.000 Mitglieder angewachsen war, wurde Johannstadt aus der Kirchgemeinde ausgegliedert. Die Turnhalle der Schule am Zöllnerplatz wurde als Bärtsaal genutzt. Anfang 1888 wurde die Trinitatis-Gemeinde gegründet. Sie zählte fast 10.000 Mitglieder. Der Name geht auf den Trinitatis-Friedhof zurück, der neben dem Grundstück liegt, das der Gemeinde für den Kirchbau von der Stadt geschenkt wurde. Mit dem Bau des Kirchengebäudes wurde der Architekt Karl Barth beauftragt. Baubeginn war im September 1891, Richtfest war 1892 und im Oktober 1893 waren die Bauarbeiten abgeschlossen. Während des Ersten Weltkriegs war in der Kirche eine Geschäftsstelle der Dresdner Kriegsbezirke eingerichtet. Die vier Glocken aus der Dresdner Gießerei C. Albert Bierling wurden als Metallspender abgegeben und eingeschmolzen. Nach dem Krieg wurden 1920 bei Bierling drei neue Glocken gegossen, die den Zweiten Weltkrieg überstanden. Bei der Bombardierung Dresdens am 13. und 14. Februar 1945 brannte das Kirchenschiff völlig aus. Die Umfassungsmauern und auch das Gemeindehaus wurden schwer beschädigt, der Dachstuhl und die Innenausstattung wurden vollständig zerstört. Nur der Turm wurde wenig beschädigt. Noch im Jahr 1945 begann die Enttrümmerung. Die Leuteanlage wurde 1950 notdürftig repariert. Mitte der 1950er Jahre begann die Großflächenenttrümmerung der Johannstadt. Dabei blieben nur die Reste der Trinitatis-Kirche und des Gemeindehauses stehen. Die Gemeinde baute das Gemeindehaus wieder auf und richtete einen kirchlichen Kindergarten ein. Ende der 1960er Jahre sollte die Kirchenruine abgerissen werden. Um dies zu verhindern, entwickelte die Gemeinde ein Projekt für einen Gottesdienstraum und eine Tagungsstätte. Das Kirchgelände wurde durch die Gemeinde entrümmert. Die Mauerreste und der Turm wurden gesichert. Die Uhr und das Geläut wurden funktionsfähig erhalten. Heute werden im Kirchenschiff gelegentlich Gottesdienste unter freiem Himmel gefeiert und Konzerte abgehalten. Die Trinitatis-Gemeinde ist in die Johanniskirch-Gemeinde eingegangen. Baubeschreibung Die Kirche ist ein einschiffiger Sandsteinbau im Stil der italienischen Renaissance. Sie fasst 1200 Personen. Der Glockenturm hat eine Höhe von 65 Metern. Über dem Hauptportal befand sich eine 2,80 Meter hohe Sandsteinstatue des Einladenden Christus. Geschaffen wurde sie vom Bildhauer Rudolf Hölbe. Innenausstattung Im Innern befand sich Anton Dietrichs Altargemälde Christus, die Bergpredigt haltend. Orgel Die Orgel wurde von der Dresdner Orgelbaufirma Kircheisen gefertigt. Sie verfügte über 2547 Pfeifen sowie zwei Manuale und ein Pedal. Glocken Die Kirche hatte ursprünglich vier Glocken, die mit neugotischen Ornamenten verziert waren. Sie stammten von der Dresdner Glockengießerei C. Albert Bierling. Nach dem Ersten Weltkrieg fertigte Bierling 1920 drei neue Glocken für die Trinitatis Kirche.